Nicolas III. D. Cattinat de la Fauconarie, Seigneur de Saint-Gratin, war ein Marschall von Frankreich. Leben. Cattinat aus dem Kleinadel der Grafschaft Pärche stammender Sohn des Magistraten Nicolas II. D. Cattinat und der Katharine Puy war Anfangsjurist, trat dann ins Militär ein und zeichnete sich bei der Belagerung von Lille 1667 unter den Augen des Königs so aus, dass er als Suess-Lieutenant zum Regiment des Gardes-Françaises versetzt wurde. Er nahm von 1672 bis 1675 am Holländischen Krieg teil, wurde 1676 zum Generalstab der Armee des Marschalls von Rochefort versetzt und bald darauf zum Brigadier des Armees Dureu und Kommandanten in Dünkelchen. Später zum Generalinspektor der Armee und 1681 zum Marschall des Camps befördert wurde er von Ludwig XIV. Gegen die Waldenser im südlichen Frankreich geschickt, ein Henkersdienst, der seiner sonst humanen Natur widersprach. Er wurde dann 1687 Gouverneur von Luxemburg und zeichnete sich 1688 als Lieutenant-General bei der Belagerung von Philipsburg aus. Von François de Louvois erhielt er anschließend den Oberbefehl in Jülich und Limburg und die Weisung, das Land völlig zu verwüsten. Trotzdem verfuhr er so menschlich wie möglich. Den Herzog Victor Amadeus II. Von Savoyen, der mit dem Kaiser Leopold und mit Spanien eine geheime Allianz geschlossen hatte, schlug er am 18. Juni 1690 in der Schlacht bei Stephada, nahm Sousa, belagerte 1691 Nitscha, kam an Jola und das Schloss Montmelian und eroberte den größten Teil Piemonts. Er wurde 1693 für die erfolgreiche Verteidigung der Dauphin zum Marschall von Frankreich befördert. Danach siegte er in Schlacht bei La Marsalja und vermittelte am 29. August 1696 den Frieden zu Turin. Danach ging er bald als Befehlshaber eines Gor nach Flandern, wo er am 5. Juni 1697 ATH eroberte. Seit dem Frieden von Rieswijk lebte Katinat als Privatmann in Paris. Bis ihm 1701 der Oberbefehl über die italienische Armee im Mailändischen übertragen wurde. Am 9. Juli 1701 vom Prinzen Eugen in der Schlacht bei Capi geschlagen, verlor er das Kommando, befehligte 1702 aber wieder im Elsass. Nachdem er bald darauf seinen Abschied genommen hatte, starb er am 25. Februar 1712 auf seinem Gut St. Kratin bei St. Dennis. Katinat war nicht bloß ein tapferer, umsichtiger General, sondern auch ein wegen seiner Humanität und Uneigennützigkeit achtungswerter Charakter. Daher auch bei Volk und Armee sehr populär, seine Memoieren wurden 1819 veröffentlicht.